hallo und herzlich willkommen zurück zu tina wittler ja hallo und erst mal wieder zurück bei seven days to die mit mir den kabinen ja der ein bisschen an dekorieren ist ein bisschen farbe kann nicht schaden habe mir gedacht der blöde ist ich habe natürlich vergessen wartet mal kurz wie da drüben aussieht da waren nämlich die steine so ein kack gut aber das kriegen wir hin ich wollte gerade sagen alles kein problem ein bisschen gleichmäßig sollte ja sein ich habe aber mitgekriegt ich habe scheiße gebaut wir sollen da rankommen mit dem pinsel das heißt wir müssen die panzer glas wegknallen problem ist aber lasst uns zeigen heißt ja nie umsonst panzer glas 3000 naja wir haben ja nicht anders tun und oben quasi theoretisch wollten wir ja quasi so einen kleinen bunker einbauen beziehungsweise kapitel schon die macht obwohl der kann warten ich zeigte euch mal kommt man mit noch kurz die funze an machen also ich bin noch nicht komplett rum so viele schon mal ne weil das dauert ein bisschen aber funktioniert ich hab's getestet und sowie aussehen tut so stromleitung brauchen wir ja ich werde sie trotzdem drin bauen aber brauchen tun war sie überhaupt nicht so hat man hier kommen nämlich zu unser abschlussrampe ja ich hab's jetzt so überlegt dass wir quasi das fähige system sieht komisch aus aber die kann rüber schießen ich habe getestet ich habe da drüben ich habe mal da drüben angeknopft und ihr sagt hey kommt mal rüber ich will testen und das hat funktioniert so ja also den hat schon quasi fertig hier drüben so sieht wie heute nicht wieder beton aus jungen so ungefähr und das sei denn komplett herum und dann sollen da hier und da strom release rin hm irgendwie das heißt ich muss die ganze scheiße hier wieder ein stück freikloppen denn ich hätte sie gerne obwohl ich werde hier oben ran bappen und dann ist gut quasi aus dem auge aus dem sinne die sollen bloß ihren zweck erfüllen sonst nichts und die sind aus dem blickfeld so so schaut's aus ja ja jetzt muss ich extra die hier ist unser claim block weil sonst könnte ich die ganze schoßen abbauen ich würde jetzt auch gerne die abbauen aber da ist das ganze material drin aber ich sehe gerade wir können auch so machen wir können auch so machen wovor konkret hey da funktioniert so ja dit is wahnsinn hm jo dann wissen wir was wir die nächsten 20 folgen machen scheiße keine farbe mehr jut wir müssen farben produzieren prouschieren so warte mal jetzt muss ich das aber erstmal will halt da hinstellen wo es war du kommst da hin habe ich gemacht und ist gut ja das macht richtig äh hier ne 50 stamina äh heilt lebensenergie 20 prozent wasser also 20 wasser es knallt ja ein schöner so warte mal äh können wir nicht ach ne hier kommt ja der tisch hin wollt grad sagen können wir nicht halt bietet hier hinstellen da ist er ja den claim block den muss ich nämlich umstellen so ne kacke lass mich raten jetzt kriegt der da nicht hin nö ich hab gedacht man könnte das da hinpacken naja dann bleibt es ihm da oh jo aber so langsam aber sicher wird das wat so warte mal was brauchen wir für farbe material was ich nie habe das ist jetzt blöd äh garten pilze erde tartoffeln wie immer kurz rüber gegenwaffen da noch machen können bevor ich hier weiter muddel mal gucken mal schauen alter dann brauchen wir noch mehr material und der garten der fällt mir nicht der ist mir wieder zu klein aber wenn wir erstmal unten halt fertig haben und halt so dann können wir uns zeit lassen mit dem baum hier dann machen wir gleich dann machen wir hier mit schauen und dann machen wir richtig schön zum durchgucken und gleichzeitig durchschießen so der ist ja schon wieder fast fertig das ist mir ich hätte mal die hacke mitnehmen sollen dann hätte mich auch fertig machen können naja nächstes mal so pilze eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zehn stück wenn man sehen kriegen äh wo sind sie wo sind sie aber ich hatte es doch eben gehabt da sind sie doch ein pilz sehen ein pilz in ehren kann keiner verwehren kabin digitiert zum gärtner so habe ich habe ich nicht mit bei warum habe ich glas mit bei ach so weil ich versucht habe kaputt zu machen darauf erst mal einen roten tee eigene ernte so weiß ist ja nichts mehr drin stimmt ja da war ja was gut knut hey aber wir können müssen noch zwei kartoffeln machen gut gewünscht so dann haben wir das nämlich auch fertig so jetzt fehlt bloß noch der mais preis der preis des mais denn hier ist das schon fertig oder ist es bloß tarnung das ist bloß tarnung es war noch nicht fertig wo ist denn das jetzt da ist es etwa fast fertig jetzt nicht mehr gut denn das war die enthalten müssen länger stehen bis das ausgeglichen ist dann passt schon so das ist auch schön das ist auch schön das einzeln was ich machen musste ja wir müssen nicht so oder so verbreitern denn blaubeeren fehlen ich habe keine blaubeeren einpflanzen können also mehr die mussten raus weil diese kacke hier viel zu breit ist so eine scheiben gläser das ist nicht schön und das schöne ist wenn wir ein bisschen verbreitern wollen dann müssen wir nämlich beton weg kloppen und ohr alter das wird schlimm rechippt naja wenn die alter hier kommt tut dann ist wirklich verbrannte erde hier ein boden so sieht doch fast aus wie neu und damit kann man nur leben die war schon wieder da ach nee also wenn es so weiterhintut haben wir davon bald nichts mehr bevor ich hier irgendetwas repariere sollte ich das aus der Hand packen ich glaube mir hat es gut alter wenn ich die erwische alter dann klatscht es und das kein Beifall gut schnell nochmal hier nachschauen hier war sie auch schon wieder hier war sie auch schon wieder gut ich muss erstmal rum dazu brauche ich einen Beruhigungs-Date das geht nicht gleich mit welchem Kaffee das ich mir wieder darüber aufregen kann das bedeutet Krieg so jetzt habe ich sie aber gezeigt so schnell weg jetzt aber da kommt so jetzt müssen wir wieder buddeln so warte mal habe ich äh jo Inventar ist voll uuuu das sollte ich mal vorher machen falls die doch will ankommen tut und so ne man wies ja nie so wir haben jetzt den Tag 66 und ich habe immer noch kein Bett wahr uuuu ich paniere immer noch auf ihn äh ja äh gut wo waren wir stehen geblieben? Taschen leeren so ach scheiß drauf aus dem Auge, aus dem Sinn und dann ist gut dann passt das schon ach ich muss das ich muss das wegpacken also ich werde sonst irgendwo zu kloppen und dann ist es spät dann ist es weg so äh da das ist weg ja seht ihr der Forge Iron ist nämlich schon weg hahaha so Kleenteile oh und sehen die Kleenteile aus ah jetzt weiß ich wo die hin sind die Eisen Mensch ich habe da auch äh Ballermänner gebaut und Dings hier nicht wahr nicht wahr äh dann kann der Pinsel weg Kabi hör auf mit dein Pinsel zu spielen so warte mal äh wir brauchen aber Bedung Bedung ist in der Mache ist in der Mache so und wo das herkommt gibt es noch viele mehr so alter das ist ein Stück hoch hinten ne das machen wir zuerst äh jedes Mal wenn ich hier ankomme alter dann pack's mir grausam alle nach und nach dann haben wir wenigstens den Durchgang vernünftig Alter ich hasse das dass der jedes Mal nachschlagen tut der holt sich jedes Mal Nachschlag kacka der so flup so denn hier nochmal dasselbe und auf der anderen Seite auch so gut jetzt brauchen wir die Schuppe nicht mehr ich war es hier nicht mehr eigentlich wollte ich auch unten im Keller wegen der Problem äh Kohle und so ne äh das kann nicht wahr sein ich hab mich voll drauf eingerichtet dass äh Kohle für immer haha quasi Harz hier und dann sowas tü 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 so dann haben wir das auch fertig naja sieht doch ganz anders aus wenn mal alles so funktionieren würde das ist mir nämlich auch schon immer passiert da war es einfach weg das Material halt da 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 so tatsächlich warte mal jetzt mussigen wir quasi theoretisch praktisch eh ähh leidern ich hab da was vorbereitet ich wollte auch erst naja schon diese gitter aber die kannst du ja nicht schräg setzen bzw nicht so wie ich mir gedacht naja so hier sind schon zwei drinnen die müssen bloß angeschlossen werden alter das ist eine kackarbeit die ganze schose wegzukloppen und schon wieder verschwendung naja sagen wir mal so das ist schon vorbereitung material dann ballert das hier raus dann ballert das da raus nur das wie gesagt ich hab alt ausprobiert funktioniert so nicht muss ich so lassen luftlöcher dass die knagen quasi nicht überhitzen das ist der moment buch lu warte mal ich hatte doch eigentlich hoch ich hatte doch ich hatte noch ein paar mehr fall türen gebaut gehabt kann nur eine jahre verbraucht haben das geht doch gar nicht gut dann lassen wir erst mal buddel meister und das ist die schönste arbeit der kommt ganz nach beton mit kloppen also auf der do do liste aber warum soll ich bloß leiden so das habt ihr davon aber das geht eigentlich wir haben eine jüte schippe wir ziehen die durch das macht das aber auch nicht spannender und dann kommt noch die ausdauer hochskillen bis zum maximum darauf kann es aber einlassen da werden wir uns noch mal schnell ein käffchen gönnen ach der ist ja noch nicht mal verdaut gewesen gut hey jetzt mache ich das inventar nicht noch mal auf wo hast du wohl nicht alle spiel jetzt mich wohl verarschen so warte mal ein bisschen müssen wir noch buddeln dann müssen wir doch ach noch nicht mal die hälfte wir haben auch nicht mal die hälfte geschafft man könnte ja auch mit dem buchern machen wenn ich so laut wäre du könntest auch die lautstärke unterschrauben so und wenn wir das alles fertig haben bauen wir uns einen unterirdischen swimmingpool dafür ist nämlich der ganz untere raum nein aber ich habe schon so überlegt ob man da nicht wirklich so eine kleine poolchen dahin bauen tut wäre mal was anderes so sag mal sind wir jetzt schon hier unter es könnte sein ich glaube wir haben es geschafft juhu alter spannende arbeit blöd ist die obere schicht die lässt sich immer am blödesten wegschuppen schuppen schupp mir in schulders nicht schulders 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 ist ein bier heißt es nicht schulders ach ach wies ecke schulders heißt es nicht so Ja, man merkt, ich bin Biertrinker. Also, er war richtig jung. Nee. Da hat sie auch kaputt. Nee, das habe ich gemacht. Okay, dann klopfen wir die Hans und die Haare weg. Was soll's. Der Mauer muss weg. Der Mauer muss... Scheiße, die muss ja wirklich weg. Äh, gut. Das werde ich aber anderthalb machen. Das werde ich euch jetzt doch nicht antun. Das werde ich natürlich auch gleich machen. Ich sehe doch schon, eure Pulsadern so anschwellen. So, warte mal. Wir werden uns ein bisschen Platz schaffen. Warte, dann müsste ich die ganze Schuze ein Stück nach oben setzen. Hm. Denn das ist zu tief. Ich kloppe hier nämlich erst der Außenboden los. Oh, ja. Wir machen mal... Na, eh einen Test machen wir. Wartet mal kurz. Wartet mal bitte. Ganz gut. Na, nee. Abschalten. So. Der müsste ja rein theoretisch... Warte mal. Hier ist die Schreie. Hier ist quasi das Phänomen der Schreie. Und da muss sie drin. Ach, ist er jetzt? Ja. Ach, du Kacke. Ich bin gleich fertig. Hey, das ist bloß noch Schreie gewesen. So, und rein theoretisch müsste dann hier quasi schon die Außenwand sein. Das müssen wir dann doppelt absichern und dann den Bohnen und dann kommen die Waffen hin. Und dann können wir... Dann ist nur ein Raum und dann müssen wir das bloß noch zusammen verkabeln. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen mehr Platz und höchstwahrscheinlich auch ein bisschen mehr Durchsicht. Welcher Kabel zu wo gehört. Zu wo. Sorry doch. Wir müssen eh in Höhe. Also quasi, das muss wieder zurück. Also den habe ich falsch rausgekloppt. Oh, ja. So, aber das ist ja einfach. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Fällt da ja nicht auf. Alle im Lotofenboot. Sag mal, wir müssen dann so ja ein Stück höher. Dann hätte ich gerne wegbuddeln brauchen. Ach. Da hätten wir hin gemüsst. Gut. Alle zurück. Das muss nämlich hier hin. Das krieg hin. Aber Leute, äh. Und das soll nicht euer Problem sein. Das mache ich schon. Also Leute, wenn es euch ein bisschen gefeinert hat und so. Ihr kennt ja das Spiel. Wir sehen uns heute morgen wieder. Euer Karbin. Macht euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.